Musik Bis zum Start der Interclubmeisterschaft der Tennisspieler und Tennisspielerinnen türen es noch einen guten Monat. Die verschiedenen Spielerinnen und Spieler sind zahlreiche Camps und verschiedene Arten und Weisse vorbereitet. Einer, der sich in der regionalen Tennis-Szene bestens auskennt, ist ein ITG-Studio-Gast. Herzlich willkommen, Gianni Giacobino. Du selbst bist bereit für die neue Saison? Ja, wir sind bei Zwecken. Wir haben dieses Jahr eine Kurzzahl an Interclubmannschaften und wir müssen gut organisieren dieses Jahr, dass er mit drei Plätzen natürlich auch das über die Bühne bringen konnte. Aber wir sind bei Zwecken. Es geht aber noch vier Wochen. Wie tinsch ich jetzt die verschiedenen Teams vorbereiten? Es gibt ja verschiedene Arten, von Ausland-Üvental und Turnhalle-Training und so weiter. Ja, also bei uns ist es unterschiedlich. Zum Beispiel bei Damen gehen weiter weg. In Spanien oder in der Türkei. Nachher, ich spiele ja selber auch in einer ersten Liga-Nate, wir haben ja auch ein Trainings-Game, weil wir bleiben in der Schweiz. Es wird wahrscheinlich ein Tessin sein. Und es kommt halt immer ein bisschen davon, die Jungs, die Jungs und die Jungs, 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 die Jungs. Aber es ist eigentlich schon so, dass wir vor allem in der Schweiz bleiben. Was macht denn der Reiz eigentlich uns? Was sind die Anreize, so ein Trainingslager, so eine Saison durchzumachen, zu trainieren? Was sagen die Spieler und Spielerinnen? Ja, der Reiz im Trainingslager ist vielleicht eher, dass man einander in der Woche einfach, ja, da ist man die ganze Woche zusammen oder je nachdem, wie viele Tage da ist. Und dann kann man einfach miteinander, die Gruppendynamik ist natürlich mehr da. Dann müssen wir morgen früh auf, dann müssen wir gehen, laufen gehen, joggen, trainieren, etwas Kondi machen. Und dann den Tennis spielen und das natürlich auf mehrere Stunden vom Tag verteilt. Was natürlich klar ist, der Spass darf da auch nicht fehlen. Sicher muss man am Abend noch zusammensitzen und sicher ein feines Glas wieder so geniessen. Aber also meine Erfahrung immer in Mass, weil es ist ja schon der Sport im Vordergrund. Es sind immer noch nach wie vor, kann man sagen, Täusen von Schweizer und Schweizerinnen, die in der Interclub-Meisterschaft mitmachen. Warum ist das so? Ja, das ist ein bisschen ein Phänomen, finde ich, weil der Interclub ist halt, man merkt einfach, dass das ein besonderes Lagen über den normalen Swiss-Tennis-Turnier sind. Im Interclub ist man mit der ganzen Mannschaft zusammen, also wie ich vorhin gesagt habe, eine Gruppendynamik. Und da will man natürlich für die Mannschaft punkten und ja, das motiviert uns natürlich auch. Man sieht meine Mitspieler, der, der in meiner Mannschaft ist, hat das Schien-Matsch ganz knapp gewonnen und eine riesen Stimmung gewesen. Da will ich auch nachher gleich machen, also probiert es immer das Möglichste angeben. Also Tennis, ein Mannschaftssport, im Einzelsport, in den Regionalturnieren, sind die Besetzungen nicht mehr so gross, wie es schon mal war. Aber im Interclub, da hat man keinen Nachlass bis jetzt. Nein, gar nicht. Das Gegenteil. Im Interclub sieht man immer wieder Leute, die eigentlich gar nicht Turnierspielen während der Saison. Und dann auf dem Interclub sind sie dann wieder zusammenreissen und wollen das unbedingt spielen. Also es ist ein spezielles Phänomen in der Schweiz. Wir haben Hingis gehabt, immer wieder, spielen ja wieder Doppel, wir haben der Federer, der Wawrinka neuerdings sind in der Top 3 mit dabei. Trotzdem, der grosse Boom in der Schweiz ist ausgeblieben, im Vergleich damals mit dem Becken in Deutschland. Ja. Wie tust du das beurteilen? Ich habe das Gefühl, die heutzutage ist sicher schwerer, dass man sich auf einem gewissen Sportort, dass da so ein Boom passieren kann. Und zwar aus dem Grund, dass einfach viel zu viele andere Angebote da hat. Wir merken das selber auch. Also wir jetzt noch anders, muss ich ehrlich sagen, wir gehen gegen das Sinken von der Tenniswelle. Wir gehen wirklich ein bisschen wieder am Aufstieg. Was ich einfach merke, ist, wir haben den Nebel der Füßballplatz, wir haben einen Funpark, man kann skaten, wir haben das Schwimmbad da. Man kann so viele verschiedene Sachen jetzt machen, dass der Tennis-Boom, der wir jetzt wieder kurz gehabt haben, ein paar Jahre, dass der jetzt wieder ein bisschen am Sinken ist. Welche Leute spielen den Tennis? Kann man die charakterisieren? Gibt es einen Durchschnittsverbraucher, Tennisspieler, vielleicht in verschiedenen Alterskategorien? Was sind das für Leute? Bei uns jetzt wieder, auf dem Tenniskrub Natasch gesehen, jetzt muss man sagen, wir hatten ziemlich eine Welle an neue Mitglieder gehabt. Und das sind alles Leute, sagen wir mal zwischen 18 und 30 miteinander. Da hat man es extrem gemerkt. Ich habe jetzt das Gefühl, es sind Kollegen untereinander reden und sagen, komm komm doch einmal und dann kommt er einmal und dann merkt man, einfach, dass auch wieder so eine Gruppendynamik entsteht und dass im Kollegokreis es ja gerade mehrer ist. Ich habe mehr Eltern im Klub. Du bist vom Kits-Tennis, durchwachsende Juniorenstufe, bist zum Trainer, Gautsch und jetzt sogar Klubpräsident vom Tennisklub Natasch. Wie bist du selber zum Tennis gekommen? Eine spezielle Geschichte. Ich habe dir schon ein zweiter Mal erzählt, was mich darauf angesprochen hat. Ich war damals zwölfjährig, das war 1997. Da hat Martina Hingis gegen Anna Kornikow im Halbfinal gespielt. Beide 16-jährige Mädchen waren und das war ziemlich aufgebauscht, das Halbfinale. Das war die neue Ära, Teenager-Duell und so. Und mein Opa hat dann das Garotennis gespielt und hat früher selber Tennis gespielt. Und dann hat er mich neben Schicht genommen und er sagte, so, jetzt schau mal mit mir. Und mir hat das eigentlich nie gross gezogen, weil das eher langweilig war, früher als zwölfjähriger Botsch. Und dann hat er mich leider nebengehockt, dem Opa, und dann geschaut. Und ich habe es noch recht interessant gefunden. Ja, und ich war sofort verblüfft, was da so abgegangen ist. Und nachher ist dann kurz darauf eigentlich mein Grossvater gestorben. Und dann habe ich in scheinem Sinn gedacht, ja, ich werde das weiterführen. Ich habe dann angefangen, selber zu spielen. Ich war vorher in der Badminton-Ferene. Und mir ist dann auch der Wechsel nicht so schwer gefallen, rein vom Technischen her. Die Rückschlagspiele mit Ball und so ist es eigentlich relativ rasch dann auch gut gegangen. Du bist ja relativ rasch vorwärts gekommen. Du bist ja der erste Schüler an der Sportschule in Briege, an der HSK, die aus dem Tennis gekommen ist. Wie hast du dich jetzt erlebt? Also als Pionier in der Beziehung. Ja, ja, speziell gewesen, weil ich muss sagen, die Aufnahmekriterien waren schon damals streng, sind jetzt nun mal wirklich sehr hoch gesetzt. Ich habe dann dann mit der Vier Moritelis damals, der der Stützpunktleiter war vom Schweizer Kader, hatte man damals verschiedene Stützpunkte gehabt, als Sparringpartner durfte ich mitmachen. Und dadurch bin ich noch in der Sportschule in der HSK aufgenommen worden. Nachher, wie gesagt, bin ich da als einziger Tennis-Spieler in die Schule gekommen. Und da muss ich sagen, es ist halt schon speziell gewesen. Es sind halt ganz, ganz viele Alpine, also Wintersportler da gewesen, viele Fussballer, Hockeianer, nachher komme ich. Ich konnte mich so richtig anschliessen. Ich bin dann nachher mit den Alpinen in die Kondition gegangen, die da auch ganz speziell war, weil ich muss ehrlich sagen, die sind schon brutal hart, was sie liefern, konditionell hierher. Sicher wie im Tennis, aber es sind natürlich zwei total verschiedene Sachen. Und ja, ich bin dann nachher einfach immer so ein bisschen mitgegangen, mit den Alpinen viel. Und das hängt auch immer mit den Fussballern, aber es war eine schöne Zeit wirklich. Also ich denke, ich habe noch viel an die Zeit zurück in der HSK. Es ist in den richtigen Spitzensport gegangen. Damals, jetzt ist es eher ein Leistungs- oder Breitensport. Was ist der Unterschied zwischen Spitzensport und Breitensport-Tennis? Vor allem aus der Sicht des Klubpräsidenten. Ja, also Spitzensport muss man ganz klar sagen, es ist sicher ein Leben, wo man auf viele, viele Sachen verzichten muss. Es sind sicher viele schöne Sachen nebenan, das ist gar kein Thema. Aber man muss einfach schon motiviert sein. Man muss vor allem sehr zielstrebig sein. Und wie gesagt, man muss das Training vor Augen haben, den Erfolg vor Augen haben, das Seigen vor Augen haben. Und normalerweise, ja, zahlt sich dann mehr oder weniger. Es sind ja nicht. Aber es ist schon so, dass man es einfach vollgehen muss. Also da gibt es kein Links oder Rechts zu schauen. Du bist ja jahrelang Juniore-Tener gewesen oder nach wie vor. Wie gross ist die Bereitschaft von einem Jungen im Oberwallis oder auch im Wallis? Sich da verzockt werden in richtigen Leistungen oder sogar Spitzensport? Ich bin jetzt das elfteste Jahr, als ich Trainer bin. Oder respektive vom Leiter jetzt zum Trainer geworden bin. Und da muss ich sagen, ich habe in den elf Jahren ein einziges Mal ein Team oder eine Mannschaft gehabt, die das wirklich nur gemacht hat, für sich ein bisschen sportlich zu betätigen. Das war natürlich schwierig. Wenn man dann einen Ball hinzugeworfen hat, ist das schon das erste Schmied, dass man die Ball hinzukehren konnte. Und das sind ja dann nicht dreijährige Kinder, das waren schon mal Teenageralter. Und dann habe ich gefragt, ja, wieso seid ihr da? Was motiviert kann? Und da ist ganz klar die Meinung, also die Meinung gehausset worden, ja, wenn sie da anfangen, etwas Sport zu machen, und wollen jedes Jahr etwas Neues probieren. Und da merkt man halt schon etwas anderes. Hingegen auch die Schüler, die ich jetzt habe, die sind voll motiviert. Die kommen gerne. Ich wollte nur mehr am liebsten. Die haben zweimal in der Woche Training bei mir. Und ja, die sind voll motiviert. Die sind auch im Vergleich jetzt im Regional und Tennis sehr gut drinnen. Das sind Jahrgang 99 Gemeinden und sind R4 klassiert, haben ein sehr gutes Turnierniveau. Und ja, die müssen fast eher noch etwas zurücknehmen, Bremsen wahrscheinlich noch zu pushen, weil die sind immer noch sehr motiviert, weiterzukommen. Wenn man anschaut und vergleicht die Teilnahme einer Walliser Meisterschaft von Junioren mit den Aktiven, die lehnt stetig ein bisschen an. Warum kommt das? Obwohl ja die Begeisterung eigentlich immer noch vorhanden ist. Ich habe das Gefühl, man kann es von verschiedenen Seiten anschauen. Aber was das Problem ist, bei vielen ist es sicher auch ein bisschen zu Hause zu werden. Es ist fast gedrängter, es zu machen. Und ich habe das Gefühl, dann nimmt sie einmal vielleicht die Motivation ab bei den Kindern oder bei den Jugendlichen effektives Turnier zu spielen. Zudem ist das Verliess ein bisschen drücken. Wenn man sagt, das sind Walliser Meisterschaften, da muss man gut sein und da muss man das Resultat bringen. Und ich habe das Gefühl, das verleidet ihn bald mal rasch. Hingegen, wenn man es von einer anderen Seite anschaut, wenn es ein effektives Turnier ist wie alle anderen, könnte ich mir vorstellen, würde es sicher ein bisschen besser laufen. Wie ist denn der Walliser Tennis oder eben speziell auch der Oberwalliser Tennis in der Schweiz situiert? Jawohl. Also von der Sicht Walliser kann man sicher sagen, dass wir auch da, wir sind auch mit dem Hüftigen und Anstrengungen, ein paar Junioren, die uns schon vorne mitmischen, sei es im Unterwallis oder auch im Oberwallis langsam am Kommen. Wir haben auch diverse Junioren, die auch schon im Ausland trainieren, hier lebend und die effektiv in den Nationalen und Anglisten sehr, sehr gut drin sind. Sonst muss man sagen, der Walliser Tennisverband ist drauf und drauf, jetzt etwas aufzubauen, mit einer Academy auch. Und ich denke mal, wenn man da erst ein bisschen Zeit nimmt und das gut plant und nachher durchführt, könnte das eigentlich wirklich sehr gut kommen, so wie es in einem anderen Kantinen auch schon der Fall ist. Früher war das der weisse Sport für die gut Betuchten. Ein nobeler Sport in diesem Sinne, hätte es vielleicht eher Golf oder auch schon nicht mehr. Auf jeden Fall hat das viel Geld gekostet, Früher. Wie ist es heute, wenn jetzt ein Junge anfangen zu Tennis spielen und möchte da regelmässig richtig Leistungssport haben? Also es ist ja so, es ist sicher nicht mehr wie uns schon. Klar, es ist immer noch nicht sehr günstig, aber man muss es sehen, man hat verschiedene Angebote, die man brauchen kann. Und je nachdem macht das für einen Klub, was man da wählt, weil man das ganze Jahr spielt, weil man nur aussen oder innen spielt, kann man sicher sagen, dass das jetzt tragbar ist. Und auch sonst, ich meine, wir von einem Tennis-Klub kann man den Leuten sicher auch entgegen, wenn man da irgendwo einen Engpass wäre, finanziell. Wir wollen ja, dass die Kinder oder auch die Leute am Tennis-Sport freut haben. Und dann soll eigentlich das Geld nicht gerade ein Mauer oder Zwischer sein. Wenn jetzt am Bühne bist und er muss sich entscheiden, eine Sportart anzufangen. Fussball ist immer so ein bisschen der Favorit. Was kannst du dem entgegensetzen? In welchem Grund soll der Tennis anfangen? Ja, das ist eine interessante Frage, haben wir uns schon mal gehabt, Peter. Und zwar geht es darum, ich würde jetzt sagen, los, Tennis ist eine Einzelsportart. Du bist da für dich allein einzig auf dem Feld. Du musst deine Strategie selber entwickeln und nachher siehst du am Schluss am Ende, hat deine Strategie, die du gewählt hast, hat dich gefruchtet. Du siehst ganz klar deine Eigenleistung, wie sie war und trainierst und wie es nachher ist. Also du siehst sicher besser auf dich als Person, wie du dich entwickelt hast. Hingegen im Mannschaftssport ist natürlich klar, ich will das nicht verstecken. Es ist sicher auch schön, wenn man Erfolge zusammenfeiern oder Misserfolge zusammen wieder stark werden kann. In einem Einzelsport ist klar ein Misserfolg, dann müssen wir das mit sich selber ausmachen. Aber ich glaube, da ist wiederum ein Trainer und Coaches nebenan, die das dann wieder ein bisschen öffnen sollte. Was sagt der Trainer oder vielleicht auch euch speziell, in einem Bubba beides wollte ich machen? Ich würde das sogar machen. Also man muss sehen, die Besten, die er jetzt hat oder in der Schweiz hat oder kennen, sei es ein Roger Federer oder Martina Hingis, die waren alle sehr, sehr polysportiv. Beim Federer heissen sie ja. Es war die Frage, will er jetzt wirklich Fussballprofi werden oder geht's auf Tennis. Martina ist Sprungritterin und auch bei Tennis waren verschiedene Sportarten, geboxt und was auch immer alles. Der Nadal ist ein sehr, sehr guter Golfer, also ist eigentlich auch schon fast auf dem Pro. Also da muss man ehrlich gesagt sagen, im jungen Alter sicher so viele möglichen probieren, polysportiv. Man hat bessere Fähigkeiten nach dem Ballgefühl und so, bessere Sicht vom Feld, wir sehen einfach die ganze Sichtweise vom Feld, die Taktik, Strategie, von der wir sicher beides machen oder beides alles, wo man gerade so will und Lust darauf hat. Wir werden es nie wieder hergegeben, an die Spitzen, Federer, Wawrinka, Hingis, Bencic, es sieht ein bisschen komisch aus in der Schweiz, man hat vorne die Top-Shots und hinterher kommt niemand mehr an. Wir beurteilen die Lage. Es ist vielleicht heikel und man muss ja aufpassen, wenn man dann zu wenig aus dem Fenster heisst, aber es kann vielleicht sein, oder sagen wir mal, es ist vielleicht vielleicht das Phänomen, dass man auf die Top-Shots, wie du sagst, vielleicht vielleicht zu fast auf das fixiert und nachher das hinten dran ein bisschen vergisst. Ist jetzt meine persönliche Meinung. Und eigentlich, mir hat mal früher in einer Trainerausbildung ein Experte gesagt, man müsse schon das Fundament top sein, wenn das Fundament nicht gut ist, wird es oben dran euch besser werden. Von dem her ist es ja schade, wenn man nur oben arbeitet und unten noch ein bisschen weniger. Wenn man von unten anfängt und das Fundament gut legt, dann sollte eigentlich das ein bisschen ausgeglichener sein und dann ist euch die Chance da, dass euch die Junioren schneller nachkommen. oder ja. So kann man sagen, auch der T-Senator oder auch im Oberwollseitennis-Klub auch die arbeiten am Fundament. Richtig, ja. Wir haben im Vorstand eigentlich einen Kollegen drinnen, der effektiv die Juniorenwesen unterschicht. Ich finde das wichtig, dass das nicht jemand ist, der mehrere Sachen unterschicht, sondern wirklich spezifisch auf die Junioren konzentriert, weil es ist schon ein grosses Jahr, also eine Riesenarbeit im Juniorenwesen. Es geht an, die Leute überhaupt anwerben, die Junioren, die Schulen anzugehen, andere Vereine anzugehen, einfach die Leute auf einmal alle anwerben. Und nachher, was ich hier habe, ist natürlich die Planung, weil jetzt kommt wieder das Problem. Einer hat am Montag eine Musik, am Dienstag Fussball, Mittwochturno und der bleibt Donnerstag, Freitag. Hat der Klub Donnerstag, Freitag gerade frie Kapazitätenplätze? Haben wir die Trainer da? Darum ist es schon eine Herausforderung für den Junioren Obmann. Aber ich glaube, mit der Person, die zu Hause ist das eigentlich sehr gut besetzt. Und bis jetzt, so muss ich wirklich sagen, läuft das sehr gut. Apropos Stichwort Musik, du selber mit zwölf circa zum Tennis, du bist aber selber auch in der Musik tätig, als Sänger. Im Privalei bist du sogar aufgetreten. Wie passt das zusammen im Tennis? Oder hat das zusammen gepasst? Ich muss ehrlich sagen, wenn du Wettkampfsport tätigst, bist du in allen Bereichen in deinem Leben sicher fixiert darauf, dass du gute Leistung bringen willst. Und das ist doch dasselbe gewesen. Ich musste dann in ein Casting ins Schluss weiterkommen, bin dann in der Hauptabend in einer Simplon Halle da hatte jeder Kandidat sein Lied. Wir mussten die Performer uns alle selber einstudieren. Nachher war es dann eine Jury und die haben dann die Besten ausgewählt. Und die Besten mussten dann alle drei nur mal ein Lied singen. Und zwar ist das schon eine Woche vorgegeben worden. Also alle Kandidaten eine Woche vor hat er angefangen zu trainieren und dann mussten wir das Lied nur mal zum Besten geben. Und auch klar, ich war top motiviert und haben wir wie im Tennis eine Strategie festgesetzt schon vom Anfang vom Abo wie ich vorgehen will. Wo will ich punkten? Wo bin ich vielleicht schwächer? Das lasse ich viel zu versichten. Und da wo ich gut bin, habe ich natürlich noch mehr Gas gegeben. Und dann kam es endlich gut mit dem dritten Schlussrang. Also Tennis zur Hilfe auch für eine nebensportliche Tätigkeit und für einen Prüf verleicht? Genau das gleiche, ja. Ich habe mir das schon in der Schule angefangen. Ich habe in der Schule immer meine Taktiken aufbereitet. Wie will ich in die Prüfung angehen? Wenn fahre ich an lehren? Wie lehre ich? Das hat sich nach einem Prüf übergewälzt. Da müssen wir zwar sagen, es ist beides ein bisschen einander. Im Prüf kann ich viel vom Tennis profitieren, von meinem Amt als Präsident. Also ich kann viele Sachen von hier übernehmen. Aber ich kann vom Prüf ins Tennis nehmen. Als Wirtschaftler sehe ich natürlich viel, was braucht es, dass eine Unternehmung oder ein Team funktioniert. Und das kann ich in einer Verein wieder überwälzen. Also eine klare Energie zwischen Sportprüf und anderen Aktivitäten. Vielleicht auch im Bau einer Tennisplätze. Ihr seid der berühmte Klub mit blauen Plätzen. Wie kommen Sie auf die Idee? Es ist dann blöd, aber es war ein bisschen eine Schnapseidee von mir. Ich habe das Madrid-Turnier geschaut, wo die blauen Sonnenplätze hatten. Das hat ja riesig für Furore gesorgt. Es war zwar schon negativ, aber es hat jeder darüber geredet. Die Zeitung und der Fernseher und die Top-Schutz-Federer, Nadal und Djokovic haben sich absolut auf das geäussert. Wenn wir schon neue Plätze in Planung haben, dann frage ich die blauen machen können. Tatsächlich ging das mit der Farbe blauen. Ich habe es okay bekommen, dass man das technisch machen könnte. Als Vorstand habe ich es gemütlich gezeigt. Am Anfang haben schon alle gelacht. Ich dachte, aber blau. Ein Sonnenplatz ist rot. Das war schon eh und je so. Je länger der Abo wurde, umso eher. nachher gesagt, wieso eigentlich mal etwas probieren. Auch einen kurzen Link zurück zur Musik. Wir haben einen Mentor hier gemacht. privaten gesagt, wenn du gut sein willst, musst du etwas haben, was anders ist, als die anderen haben. Dann hast du einen kleinen Vorsprung. gemacht. Wir haben das gewagt. Wir sind mit dem Projekt Erster Blauer Outdoors-Anplatz der Schweiz. Das wurde dann klar abgenommen. Die ersten Resultaten waren wirklich sehr gut. Das war also ein Wunsch und ein Ziel von dir, die in Erfüllung ging. Was hast du als Präsident und als Spieler überhaupt für Tennis vorgenommen? Was sind deine Wünsche oder deine Ziele? Bei uns ist es so, wir haben jetzt die GV wieder vorbei gehabt. Wir haben darüber abgestimmt, ein Clubhaus zu erweitern. Das wird jetzt größer kommen. Wir bekommen eine neue Investiere und neue WC. Das war ein Wunsch vor allem von den Mitgliedern, weil die WC ein bisschen abgelegener hatte. Das ist abgenommen worden. Das Clubhaus wird am Ende der Saison umgebaut. Das war meine erste Priorität. Die zweite Priorität ist ganz klar, die neue Mitglieder generieren wieder. Auch hier haben 16 neue Mitglieder zum T-Senator springen. Wir haben zwei neue Inter-Club-Mannschaften von fünf auf sieben aufgestockt. Sie haben seit Jahren und Jahren wieder mal Dama-Mannschaften. Also sogar zwei dieses Jahr. Und die dritte Priorität, die ich wichtig finde, ist das Nische-Turnier. Also wir haben zwei Turniere. Wir haben einen Doppel-Brunsch-Göp, der jetzt am 22. April bis 27. April wieder ist. Da werden viele Teilnehmer teilnehmen. Und dann ist das im Haupt-Turnier im September im 2. Ozean, Viertruf wieder hier. Das Teilnehmerfeld wird am Start sein. Das sind meine drei Hauptprioritäten, die ich mir jetzt tennisspezifisch vorgenommen habe. Dabei wünschen wir dir natürlich viel Erfolg, viel Spass und natürlich, dass deine Wünsche erfüllung geben. Gut Treff, gut Ball, kann man sagen. Danke, und bis zum nächsten Mal.